Ich würde den Punkt auch mit dieser Sorge, die du erwähnt hast, aufgreifen, weil das ist tatsächlich der Punkt, den man eigentlich auch sehr schön quasi weiter argumentieren kann, wieso das der falsche allein Mindset-Zugang ist, sich darüber Gedanken zu machen, wie das wirkt sozusagen. Wenn wir jetzt das Beispiel nehmen von dem Weg nach Hause sozusagen, also diesen Commute halt nutzen, um vielleicht sich konkret eine Problemlösung als Ziel zu setzen, die man halt geistig durchgeht, dann wäre bei vielen die Sorge am Papier, dass man sagt, okay, ich arbeite ja schon so lange und dann möchte ich aber meinen Heimweg nicht mehr mit Arbeit verbringen. Und da kommt auch ein Punkt hinein, den wir ja auch ganz oft erwähnen, okay, dann muss man aber wohl das Verständnis der Arbeitszeit, die man schon in die Arbeit steckt, ein bisschen fester ziehen, weil wie wir es immer gerne sagen, ob man jetzt 10 Stunden arbeitet oder lieber nur 9 macht, dafür eine Stunde Yoga, die Arbeit wird wahrscheinlich genauso gut, vielleicht sogar besser rauskommen, wenn man das längerfristig durchzieht. Also diese eine Stunde extra, nur damit ich diese Stunden unterbringe, ist wahrscheinlich keine gute Strategie. Und um jetzt diesen Heimwegpunkt nochmal aufzubringen, was wäre denn, wenn man diesen Heimweg sozusagen als konkrete Arbeits- und Denkzeit einfach für sich, ganz abgesehen davon, wie das technisch bei Unternehmen gelöst wird mit Zeitaufzeichnungen und so, das sei jetzt mal dahingestellt, aber nur vom Konzept her, was wäre, wenn ich das denn so lösen würde, wie zum Beispiel einen Cal Newport, der sich ein Problem hernimmt und das geistig durchgehen möchte in den 40 Minuten, die der Heimweg ist. Dann bedeutet das nämlich, dass ich mir diese, unter Anführungsstrichen, 40 Minuten wieder, unter Anführungsstrichen, spare in meiner Freizeitgestaltung, weil, wie du auch schon gesagt hast, das Timeblocking soll einem ja Freiräume schaffen. Das heißt, wenn ich dann sage, okay, ich fahre jetzt eben schon früher nach Hause, dann ist es kein früher nach Hause fahren, sondern ich arbeite ja geistig weiter an einem Problem während dem Fahren und dann habe ich meine Freizeitgestaltung aktiv. Und da ist dann genauso diese Sorge mit irgendwie Kolleginnen und Kollegen oder dem Team mit, ja, wie wirkt es denn? Und da würde ich auch nochmal eine unserer Lieblingsfragen, die immer wieder erwähnen ist, ja, wofür wird man denn bezahlt? Wird man dann dafür bezahlt, dass man eine erfolgreiche Arbeit abliefert oder wird man allein dafür bezahlt, dass man seine Stundenzettel abhaken kann? Das heißt, da ist ein Umdenken, interessanterweise, und ich glaube, das macht das Ganze so komplex, da ist halt ein massives Umdenken von beiden Ebenen notwendig. Also sowohl von Führungskräften, wo vielleicht das Verlangen einer bestimmten Darstellung der Arbeitsleistung etwas Falsches aktuell und genauso von Mitarbeitenden, die dann eher noch auf sich, nicht auf sich, sondern eher noch auf die anderen schauen und sich mit anderen vergleichen wollen mit, ja, aber die Person ist zehn Stunden im Büro. Ja, aber da kann ich ja nicht nach acht Stunden schon gehen, weil wie schaut das denn aus? Das heißt, da müssen sich diese zwei Verständnisse ein bisschen annähern und deswegen finde ich auch die Dinge, die man aus den diversen Bereichen bekommt, die wir immer wieder erwähnen, auch so ein Andrew Huberman mit wie richte ich mir meinen Arbeitsplatz ein oder ein Cale Newport, der dann praktische Beispiele hat oder eben ein Bill Gates, der nimmt sich halt einen Detox sozusagen und arbeitet kreativ für einen Monat oder Wochen oder keine Ahnung. Dass dieses Verständnis halt ein bisschen natürlicher wird für beide Ebenen und dann versucht man sich anzunähern und gangbare Lösungen zu finden gemeinsam. Also